13.000 wollen den Tabellenführer aus Salzburg sehen. Die Mannschaft unverändert. Kapitän Ithiasi Pšemšek, der seinen Trainer Ciacestov in den höchsten Tönen lobt. Nur Jose Mourinho von Celtic steht darüber. Da schaut das Dami vom FC Wacken. Bei den Salzburgern kehrt Alexander Knaus zurück anstelle von Christoph Jank. Ansonsten der Tabellenführer wie zuletzt beim 3 zu 0 am Sonntag gegen Sturm. Hervorragende Stimmung, Zuschauerrekord auf dem Pivoli in dieser Saison. Die Salzburger in den weißen hellen Dressen in der ersten Hälfte von rechts nach links. Über Roland Kirchler, einem der vielen Ex-Tiroler, ebenso wie Patrick Jeschek, jetzt am Ball. Aufhauter und der erste Distanzschuss nach mehr als 10 Minuten in diesem Spiel. Kein Problem für Jelko Pavlovic. Das Spiel anfangs ausgeglichen, geprägt von vielen Zweikämpfen und wenigen Torstenen. Die Tiroler lassen die Salzburger kommen, warten auf die Kontermöglichkeit. Und die Salzburger über Carboni auf Ticker. Einzige Spitze. Meierle blockt, wenn es ja weiterhin verletzt. Und das ist Jeschek. Das ist König bei den Bullen aus Salzburg. Falls nicht so. Trepze Wacker vorsichtig in seinen Angriffsbemühungen. Schemschek. Verlängert von Hölzl auf Mim. Schemschek lässt da durch. Hattenberger und dann steht es 1 zu 0 in der 25. Minute durch Matthias Hattenberger. Der 26-Jährige macht seinen berühmten Nachnamen alle Ehre. Der Sohn von Roland Hattenberger mit seinem zweiten Torschuss erst in der Bundesliga-Karriere macht er sein erstes Tor. Und wir sehen es unter starker Mithilfe von Alexander Knaus. Der Ex-Tiroler lenkt den Ball unabsichtiger. Danach härtere Einlagen wie hier von Pichorner. Da gibt es Geld für den Salzburger. Glück hat aber Hannes Eder, der hier Alexander Zickler erwischt, kommt aber ungeschoren davon. Dann wieder die Tiroler über den zweikampfstarken Hölzl, der immer wieder nur über Fouls zu stoppen ist, wie hier von Aufhauser. Der hier Glück hat in dieser Szene, dass er keine gelbe Karte bekommt. Denn er hält den Tiroler Mittelfeldspieler eindeutig am Trikot zurück. Freistoß für die Hausherren, Marcel Schretter. Und dann ist Ferdinand Feldhofer frei, 38. Minute. Das Tor zählt, 2 zu 0. Erstes Tor für den Oststeierer, für seinen neuen Klub, für den FC Wacker Tirol. Und die Zeitung bezeichnet kein Abseits, denn Thomas Winkelhofer in der Bildmitte hebt das Abseits auf. Morgen gibt es also wohl für den Salzburger Nachschulung im Gegenstand, wie stelle ich eine Abseitsfalle richtig ein. Feldhofer ohne Mühe, keine Chance für Arzberger, 2 zu 0. Der überraschend klare Pausenstand auf dem Innsbrucker Tivoli. Und da ist dann auch Stimmung auf dem Spielfeld in der Pause. Nach dem Zeitwechsel zunächst unverändert, beide Mannschaften. Erst im Laufe des Spiels kommen Meier und Janko bei den Tirolern, bei den Salzburg in dem Spielgeschehen, um hier für Offensive zu sorgen. Aber die Tiroler, sie kontern. Aganon, verfolgt von Knaus, noch immer Aganon, dann fällt er, aber der Pfiff bleibt aus von Schiedsrichter Grafnitzer. Zum Unverständnis der 13.000 und der 11 Tiroler. Eine Fehlentscheidung des Kärntner Schiedsrichters. Hier wird bereits Aganon von Knaus gehalten. Macht das fair, läuft weiter, dann berührt kein Salzburger den Ball. Aber es gibt keinen Elfmeter, keinen Strafstoß, obwohl es ihn eigentlich hier hätte geben müssen. Hier schon so oft auch in den letzten Spielen der Kärntner Unverteidische nicht immer härter lag. Die Salzburger Überkirchler, der heute wenig Akzente setzen kann. Hier wird er gefoult von Pelthofer. Freistoß. Jeschek. Die beste, die gefährlichste Aktion der Salzburger nach über einer Stunde. Die schaffen es nicht zuzusetzen, sind überrascht über die Zweikampfstärke und über die Kampfkraft und Gegenwehr des Tabellenneunten des FC Wacker Tirol. James-Jek, Aganon, der kaum zu stoppen ist. Tafalovic in Hälfte 2, sehr auffällig, der Tiroler Mittelfeldspieler. Hälfte, immer wieder schaltet er sich hervorragend ein, diesmal auf Mim. Und dann ist der Marcel Schretter, die Entscheidung, 64. Minute, FC Wacker Tirol 3, Salzburg 0. Jubelstimmung auf dem Tivoli. Dennis Mim, zweiter Assist und wieder einmal Thomas Winkelhofer. Nur zu sehr zum zweitmal der Fehler des Salzburger Uri. Er vergisst auch Marcel Schretter und der macht seinen zweiten Saisontreffer. Danach backen die Salzburger die Sende aus. In dieser Situation herrscht Konfusion auf dem Spielfeld. Markus Schott kaum zu beruhigen, bekommt nur Geld. Zunächst das Foul von Tafalovic, das wird auch gehandelt, aber was macht dann Markus Schott? Ein Revanche-Foul hat Glück, dass er hier nicht vorzeitig vom Platz gehen muss. Unbeherrschtheit beim Salzburger Kapitän. Und auch bei seinen Mannschaftskollegen im Anschluss. Wie hier Janko, der hier Geld zieht für dieses Fosalo-Foul. An Bernd Windisch, keine Chance auf den Ball. Und zu guter Letzt auch noch der eingewechselte Mainor Suato mit einer Unsportlichkeit, die zu seinem Glück ungehandelt blieb. Denn hier schlägt der Jerashiv-Cemcech ins Gesicht. Wir sehen es in der Zeitgruppe noch viel besser und viel deutlicher. Der Tiroler kann aber zum Glück weiterspielen. Im Bildrand links schlägt er hier mit seinem linken Arm aus. Eine Unsportlichkeit, die der Honduran noch nicht notwendig gehabt hätte. Glück für die Salzburger, dass Schiedsrichter Krasnitzer heute bei Gott nicht seinen besten Tag hatte. Und die Salzburger mehrmals verschont hat, Karten zu verteilen. Und auch einen Elfmeter gegen den Tabellenführer zu geben. Danach nochmals Kirchler mit einem Kopfballer. Vajelko Pavlovich kaum geprüft und wenn dann immer Herr der Lage. Die Rückkehr von Rolli Kirchler war nicht so erfolgreich an diesem Arm. Dann noch ein Schuss von Meier. Auf Wien ja das erste Spiel nach seinem Abgang im Sommer. Ohne nennenswerte Höhepunkte bei den Salzburgern. Im Gegenteil, die Tiroler im Konter gefährlicher. Vor allem über Zabalovic. Wieder ein Slalom des Kroaten. Bleibt am Ball. Letztlich das schön gegen Suazo durch. Bindet Aganon und der macht das wunderschön. Und Asperger der beste Salzburger an diesem bitteren Abend für den Tabellenführer. Wer hier diesen Schuss des Nigerianers über das Tor. Am Ende jubelt Kurt Yara den Tiroler Fans zu, die unter der Kürzellinie den ehemaligen Tiroler Meistermacher beschimpft haben. Alles in allem aber ein verdienter 3 zu 0 Erfolg des FC Wacka Tirols. Zweiter Sieg in Folge und für die Salzburger nach sechs Siegen in Serie. Die erste Niederlage und die Interviews nach dem Spiel von Gerhard Kahn. Kurt Yara, Ihre Rückkehr. Auf Stiboli Neu hätten Sie sich sicher anders vorgestellt. Warum ist denn diese Siegesserie von Red Bull heute so je zu Ende gegangen? Gut, weil wir heute alles falsch gemacht haben, was zum Falschmachen war. Auf den Gegner getroffen sind, der sehr aggressiv gespielt hat. In entscheidenden Momenten das Glück gehabt hat. Mit dem ersten Torschuss in Führung gegangen ist. Und dann sind wir nicht mehr ins Spiel reingekommen. Aber wir haben sechs Spiele hintereinander gewonnen. Es gibt solche Tage im Fußball. Wenn es der einzige für die nächsten Wochen geblieben ist, kann man das auch mal akzeptieren. Sensationell, dass wir heute da 3-0 gewinnen gegen Salzburg. Es haben sich sicher nur die wenigsten erwartet. Wir selber haben uns an uns glaubt. Und der Trainer hat uns einfach gesagt, wenn wir spielen müssen, was unsere Stärken sind, das haben wir auch gemacht. Wir haben Salzburg kommen lassen und sind dann über die Konter gefährlich gekommen. Und okay, wir haben, glaube ich, aus wenigen Chancen heute die Tore gemacht. Das war in letzter Zeit nicht unsere Stärke. Aber okay, wenn das aufgeht, dann sicht mal, was rauskommt. Durchgeschütz, bitte. Durchgeschütz, bitte.